Die meisten Menschen erholen sich schnell von einer Corona-Infektion. Während andere nach einigen Tagen bereits ein negatives Testergebnis erzielen, kämpfte ein 72-jähriger Niederländer 613 Tage vergeblich gegen das Virus an. Sein geschwächtes Immunsystem konnte nicht effektiv gegen die Viren ankämpfen, was zu der ungewöhnlich langen Krankheitsdauer führte. Im Herbst 2023 verstarb der Mann schließlich an seiner Grunderkrankung. Nun hat ein Ärzteteam der Uniklinik Amsterdam den Fall untersucht und stellt seine Ergebnisse bei einem Kongress in Barcelona vor. Der Niederländer ist im Februar 2022 an Corona erkrankt. Seine Knochenmarkerkrankung beeinträchtigte sowohl seine Stammzellen als auch seine roten Blutkörperchen. Zusätzlich bekam der Patient dann auch noch Leukämie. Um die Behandlung wirksam zu gestalten, musste er Immunsuppressiva einnehmen, welche das Immunsystem unterdrücken. Dadurch war sein Immunsystem nicht in der Lage, natürliche Antikörper gegen das Virus zu bilden. Der mehrfach gegen SARS-CoV-2-Geimpfte begab sich zur Behandlung etliche Male in ein Krankenhaus. Diverse Therapien schlugen nicht an. Die Virusentwicklung in seinem Körper wurde genau überwacht. Im September 2023 wurden im Vergleich zu den vorherrschenden BA1-Varianten im Körper des Mannes mehr als 50 Mutationen festgestellt. Einige dieser Mutationen hätten den Viren ermöglicht, einer Immunantwort wirksamer zu entgehen.